Warum nicht? Äh, das sind alle in Medien, ne? Oder auch... Ja, das ist ein Pentateeer, aber auch... Alle, wo Agba ist, ist ein Spaß. Pass auf. Alle, alle, wo Reisbar. Oh mein Gott. Boss Boys, ich hab'n Boss. Ah, ja, Waddaaah! Nevermind, man. Ja, der rennt zu mir. Nevermind. Was machen wir denn gerade, ne? Wir werden jetzt alle. Wir versuchen... Nein, wir versuchen irgendwie wegzukommen. Knopp, tschau. Oh mein Gott. Oh! Bitch! Äh, du bleibst hier! Ja, elementar, beflicht er mit deinen fetten Arsch. Da geht which one already toakles. Pass. My cats muss... ... Oh, wow, wow! That then he's going on! Ah far enough, Jess, right? What the fuck ist going on?! I'm warning us the surveillation of the... What the fuck is going on?! Ja, Jaina is going on, man! The 9-11 confirmed is DLC. Ah, komm, man! Nur hat ihn! Hat ihn! Das war der Demon General. Und der überlebt's, weil er wieder unerpeert, weißt du? Ja, weil ich meinen Namen habe nicht rechtzeitig geworfen habe, habe ich verraten. Oh mein Gott! Ich wollte immer eigentlich einen Coontay werfen, weil es aber nicht funktioniert. Hallo! Timon, du hast übrigens die Sprache nachgestalten. Was? Ich hab die Sprache gedeutet. Ich frag mich ja manchmal schon, was sich meine... Ich frag mich ja manchmal schon, was sich meine... Ich frag mich ja manchmal schon, was meine Nachbarn sich so denken, wenn sie mich da so mit Drenalwacken brüllen hören. Moment, Moment, Moment! Moment, 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 Moment! Äh, die sind von EP Kleid? Wir sind sogar vorne! WTF?! Wer war das jetzt? Ich! Ich war die Sprache! Was ist du? Okay. Ich hab doch übrigens gebrüllt vorhin... Es steht... Gleich. Wie ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was soll es dir jetzt zum Klingelton? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo, Jaina! Hoi fuck! Don't be fucking! Das ist Spinn. Das ist Spinn. Da! Oh, 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 oh! Ja, ooooh! Merde! Merde! Ooooooh! Passt'n Alter, ey! Ich mein, ich hab ja nix besseres zu tun, als beim Team noch die Kühen. Guck mal, was man Elemental macht! Es pusht die Mauer ein! Geh du hoch, geh du hoch, Kevin! Naja, bis es da ist, bis es da ist, hab ich hier in der Mitte aufgeräumt. Hier einfach... Hilfe, Hilfe, Hilfe! Take uses thanks you, Takeäs mag ok! Ich formreci das jetzt mal ganz einfach! Wieso benutzt der seine Scheiss Ulti nicht, Man? Ist der dumm? Der gar Clear... Darf du chatset ihn, He Western! Aaaaah!!!! наha verw校, наhum, на tombaun! Dope.. Nope.. Nein! 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 Die Baits! Ich bin von! Ich bin von! Achst, nein! Wie Murat! Halt doch einfach jemand anders, auch wenn du es nicht brauchst. Du kriegst mehr. Ja, ich weiß, aber der Ding der ganzen Lok geht eh weg. Ja, du kannst aber auch rein wenn du voll leben willst. Ich hätte jetzt einfach den vollen Kevin gehalten. Egal, wenn du noch einen appeared, heil einfach Kevin, der daneben steht, der voll ist. Einfach Dismus packen. Würde man sagen, es sagt sehr viel über die Gegner aus, dass wir es nicht gefokust wollen, ne? Sechs fucking toten. Vor Level 13, ne? Holy shit, man. Fliesig an, oh mein Gott. Sorry, Simon, wie her? Ja, muh, komm her, komm her. Ich hab mein 75% Schild. Hält euch auf, dass wir hier gerade an Kevin und ich so ungefähr das ganze Gegner Team passen. Hältest du nicht selber? What the fuck? Ich röte mich nicht selber, ich werde einfach den Dings am Schießen halten. Du merkst schön, wie Schaden ich nehme, ne? Achtung, der geht wahrscheinlich zwei Mal hoch. Ach stimmt, ich hab ja noch. Ich heil mich dann, Leute. Merde. Äh, hier, Riga. Ich hab mein Wasser-Milamentar, Riga. Oh mein, wer schloppt der Milamentar, Mann! Stunlocked. Stunlocked. Boss-Modus. Ja. Einfach nur so Stunlocked. Stunlocked, Stunlocked, Stunlocked. Das Team ist so eklig. Kevin, wir sind asozial. Und ich bin stolz drauf. Ich bin stolz drauf. Guck mal, ich hab da... Oh my god! Bleib in dem Range von meinem Toads um. Scheiße, wie krass das zrickt. Hallo, das hat ne cooldown. Das find ich du. Wann, so wie heilt? Alter... Kev, was? Guck mal, ich bin in seinem Marsch. Guck mal, ich bin in seinem Marsch. Ohhhh. Guck mal, hier, hier, hier. Das ist der. Guck mal, wie ich's Camp-Solo! Weißt du, jetzt schallt sich in der Batscher und erregt sich auf, dass der Batscher ihn getötet hat. Ja. Wir sind unterwegs im Boss-Modus. Ja, vor allem du, Raid. Wir spielen Strom auf einmal zu dir, Papa. Ich glaub, du musst... Ab sofort spielst du immer so. Hahaha. Wie, Yolo-Modus? Nee. Rage. Hilfe, Hilfe! Ja, dann renn nicht weg! Ich sag doch, der Batscher charged ihn, weil er seinen Eisblock nicht hat. Weil er unbedingt rumtrollen muss. Ja, ich muss ja treuern. Ach, dann geht's im Hof. Ja, ich kann nix machen. Ich war ja... Wir hatten halt leider keinen Trailer. Ich sag's doch. Max, das ist es ja, warum der Batscher so pierced, wenn er schon haben wird. Du kommst für ihn nicht weg. Ich glaube... Ich glaube, wenn er es selber nicht cancelt, kann er dir wirklich... Ach, jetzt mach das mal! Ja, Mann! Das ist die Komme und ich die ganze Zeit meine! Warum macht er es denn? Ist der behindert, Mann? Hat der irgendwie scheiße gefressen oder so? Kevin, what? Was? What? Du bist du vermutlich safe und seid... Der Dings muss man deshalb! Oh, mein Gott! Please, verpiss dich doch jetzt endlich, Murat! Ihr habt ihn so lange hingehalten! Ja, Kevin ist dabei! Schau dir mal ihren Kör an! Schau dir den mal an! Es ist ein richtig hässlicher Hurensohn! Bleib da, ich treme mal! Ich hab mein Hund wieder! Das heißt, es sterben gleich wieder drei Leute! Äh, Max, ich hab letztens geschafft in meinem Wasserelementar Hab ich einen vierer oder fünfer Kick gemacht hier auf dem Map, ne? Der Kevin! So, jetzt kommt der Passive! Max ist da! Das heißt, jetzt kommt der Frost Circle, den er noch nicht hat! Wie denn? Der ist schwul! Der funktioniert nicht so, wie er soll! Doch, tut er aber! Tut er total! Merke ich ja immer! Oh, kein Grund mehr! Batscher! Hat dich getroffen, ne? Äh, kann ich jetzt hier mal rauslaufen? Könntest du einfach rumdrehen und Räger töten! Hm, ne, deswegen nicht! Ist schon klar, dass er sich heilen kann, also deswegen mach ich's auch nicht! Mach deine Hult, Gaslo! Mach deine Hult! Mach deine Hult, Gaslo! Das sind dumme Leute! Ich glaub, mein Muri hat grade ernsthaft ARO ACHPOR gebrüllt! Und zwar genau so! ARO ACHPOR! Ja! So, ähm, wir sind auf 37% runter! Du wärst nur 13, 37! Halt doch die Fresse! Geschwätzle! Hurensohn! Wie heißt das? Ja! Hurensohn! Halt deine Fresse, du Hurensohn! Hey, Max, größer kann! Ja! Ja! Warte, Max! Max, warte mal! Ich brauch mal kurz ein, äh, ein Cooldown! Ja, falsch! Sag's dir, wenn wir das Match verlieren, ich report dich! Ich report dich und deine Mutter und deine Hurenmutter und deine verfickte Hurenmutter! Hey, meine Mutter spielt da bei einer guten Yellow, ja? Die ist Diamond, pass auf! Ja? Also... Ich mein, Blizzard hat ja nicht selber gesagt, dass Hero Links ist eh, wenn Hotz ist... Max, Max! Äh, witzigerweise ist auf einer Seite, die über Hotz schreibt, äh, das als Diamond eingetragen ist. Finde ich total dumm! Ich weiß nicht, dass es nicht stimmt, aber ich finde das halt so geil ist, dass es steht. Wahrscheinlich ist es einfach nur, damit die Leute es quasi leichter assoziieren können. Ja, natürlich, schon klar. Batsche, Batsche, Batsche! Die wollen backdornen, die wollen backdornen. Ja, ich, wir brauchen... Aber 30 Sekunden reichen. Ja, genau. Schafft ihr das? Schafft ihr das? Ja, schaffen sie. Die Typen gehen zu sehr YOLO. Das war... Das ist ihre Niederlage. Na, fickt euch. The Hanna blind, Bitches! Oh, ich gebott. Ich wollte gerade sagen, ich komm hoch und helfe. Mach schnell! Pop, 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 pop! Weil das wäre ja so cheap, das jetzt noch zu verlieren. Oh mein Gott, wir haben's gewonnen. Gaslow hat uns gecarried. Dann bloß ruhig, Alter. Max, was soll ich da sagen? Max, Max! Roll-Ulti, wo er sich selber eingefroren hat, unten, vor dem gegnerischen Keep. Muradin. Das war der entscheidende Win für uns. Nein, ich wollte mich vor Muradin weg. Das war der entscheidende Play, der dieses Game für uns gewonnen hat. Was, was ich da sage? Pass auf, Sprennerwisch kommt. Wutpaaa! Max, schreck mir das Ding irgendwie. Ich sag's dir, ich baue mir einen Soundfot. Du hast doch WhatsApp, oder? Ja, ja, klar. Mach ich's, dann machen wir nachher. Ich glaube, ich habe nicht mehr deine Nummer gelaufen. Das bin ich nicht gegeben. Soll ich mal meine Nummer reinschreiben?